Und damit willkommen zurück zu der Callisto-Protokoll. Wir sind hier in dieser tollen Fabrik, die noch so halbwegs läuft. Mh. Auf was? Eigentlich schon. Ich glaube nicht, dass man sich einfach mal so ändert, wenn man hier so eine Scheiße baut. Na, gibt's eine Überraschung? Naja, so indirekt. Äh. Ich glaube, ich habe noch nie vakuumierfach fackten Menschen gesehen. Oder... Was zum Teufel hatten Sie hier vor? Etwas, für das es keine Vergebung geben kann. Äh. Spezialprojekte. Die werde ich bestimmt gleich treffen, ne? Steht da einer von denen auf? Alter, was hat sie hier? Okay. Dann halt nicht. Uh, cool ist. Her damit. Oh. Hier robelt er wieder. Meine größte Sünde. Obwohl Cole und ich verschiedene Wege einschlugen, hatten wir das gleiche Ziel verhoben. Wie sie, erkenne ich meine Fehler. Ironischerweise ist dieser eine Fehler vielleicht unsere letzte Hoffnung. Jacob? Nein. Kein entkommener. Kein entkommener. Kein Hier. Jacob. Was passiert da? Alles gut. Was? Nein. Der Schlagster ist kaputt. Ja, geil. Dies ist eine Fabrik. Sehen Sie, was Sie finden können. Sie brauchen einen Ersatz, um die Ladebucht zu erreichen. Ich fand den aber eigentlich geil. Ja. Ich fand den eigentlich ganz gut. Alter, da ist das Hirn hier so drin. Alter, sie ist halt echt ein bisschen krank. so ein bisschen. Alter, die Hand da. Eins, zwei, drei, vier, nee, drei, vier, fünf, sechs. Alter. Okay. Das wird jetzt witzig. Das sieht wieder so nach Rumschleichen aus hier. Und da. Versuchen Sie nicht, Sie zu bekämpfen, Jacob. Ohne Schlagstock sind Sie verwundbar. Okay, es ist vorbei. Lass mich vorbei, lass mich vorbei. Ich glaube, ich habe schon gesehen, wo ich hin muss. Scheiße. Nein, 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 Ah, fuck. Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Nein, es laufe ich ja noch. Scheiße. Komm, 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 komm. Jo, 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 jo. Yes. Okay, das war nicht wie geplant. Aber ich bin hier drin. Du Hartmann. Oh, oh. Ähm. Was zum... Hä? Oh, wie sollte ich denn das bitte gewinnen? Bitte ja... Oder hätte ich hier mal kurz warten müssen? Weil ich sehe da keinen Weg zum... Zum Ausweichen. Ja. Ich probiere das nochmal. Wer findet so einen Scheiß? Okay, es ist vorbei. Komm, gib das. Scheiße. Wieso? Wieso? Warum macht man das? Komm. Vor allem, mir geht das Ding um die Kurve rum. Und jetzt ist es natürlich weg. Okay. Zwei Türen. UJC-Druck für alles, was Sie benötigen. Ähm... Habe ich was zum Bechecken? Nee. 227 munitionstechnisch. Vielleicht Sturmgewehr. Ja, ich fand, die Sturmgewehr eigentlich gar nicht so ungeil. 140. Ja. Fehler war voll, denke ich mal. Ja, scheiße. Warte mal, kann ich da hin? Oh, nice. Immerhin, fünf Schuss. Geil. Okay, ähm... War auch grün, oder? Ich geh mal da lang. Ich glaube, das ist eine Sackgasse hier. Okay, das da hinten sieht noch ein Bereich aus, wo ich nochmal hinkommen werde. Ich glaube, ich gebe mir mal ganz kurz Health. Was zu? Was ist nochmal so ein Raum? Ähm... Da ist so ein Teil auf dem Boden. Ist aber auch nix. Weißt du was? Ich löse es erst gar nicht aus. Gut. Dann gibt's eigentlich nur noch diese eine Tür da hinten. Hm? Dieser Roboter... Er sagt etwas zu mir. Konzentrieren Sie sich auf Ihr Ziel, Jacob. Suchen Sie die Datenlaufwerke. Erreichen Sie das Schiff. Gehen Sie weiter. Kämpfen Sie weiter. Ja, ja, aber... Ich finde es jetzt nicht interessant, dass er da irgendwie so eigenwürdig was gesagt hat. Oh. Dass er mich so nicht sieht, ne? Okay. So, da könnte ich mal aufmachen. Gehen wir mal aufmachen. Oh! Ich bräuchte hier mal einen Klempner, bitte. Oh! Okay. Alle beide haben mich jetzt gekriegt. Du auch? Das ist zu. Das sieht nach Stress aus. Ähm... Gut. Das ist da. Okay. Ah, ist wieder sowas. Ah, geil. Wie das sind die Typen da? Ja. Der Hammer. Der Hammer. Jay kann es nicht benutzen. Ja, geil. Mittlere Maustaste. Oh, geil. Oh, geil. Holy shit. Der zählert ja mal richtig. Okay. Ciao, Schlagstock. Hallo, Hammer. Den hätte ich gerne am Anfang an das Spiel schon gehabt. Oh, nice. Was ist denn eine Kiste? Komme ich da rein? Ähm... Okay. Keine Ahnung, wie ich da reinkomme. So, der genetische Hammer ist eine effektive Nachkampfung gegen Bio-Boards. Er ist effektiv gegen Bio-Fagen. Der Schmetterschlag verursacht bei mehreren gegen Flächenschaden. Haltet die Mittlerem also gedrückt, um den Hammer aufzuladen. Okay. Nutze die genetische Hammer, um gelbe Kisten zu zerstören. Uh. Moment. Das ist neu. Die kann ich jetzt kaputt machen. Cool. Nice. Oh, geil. Endlich mal ein bisschen mehr Gschweiz. Da ist dicht. Da ist auch dicht. Aber da... Schauen wir doch mal, ob man da hinten ein Gschweiz hat. Oh ja, ich sehe schon was. Nein, das ist so ein Fertiger. Ähm... Ich glaube, ich tue mal so ein Akku weg. Nice. So, durchladen. Oh, das ist dein Raum hier. Hey, komm mal her. Alter. Ja, so sind die Roboter eben überhaupt nicht gefährlich. Ich sehe sie. Ja, ich sehe sie. Mehr. Alla geil. So, Munition. Die einzige Frage, was ich jetzt hab. Richtig zerschmettern. Ne. Wo muss ich denn jetzt hin? Es ist zumindest der Weg irgendwo hin. Geil, ablitch jetzt so. Inventar voll. Freie Auswahl. Ja, jetzt zue ich erstmal den da verkaufen. Und dann gibt's für den Hammer doch bestimmt... Keine Abbild. Schau dir. Hm. Oder ist das jetzt einfach schon so... ...overpower, dass man sagt, da braucht man keine... ...Abbilds mehr. Okay, jetzt wird's aber ein bisschen dämlich. Hier kommen doch irgendwelche Gegner. Okay. 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 Alter, es ist unfair. Oh, dankeschön. Nee, komm mal her. Alter. Naja, es ist jetzt schon wie ganz normal in den Mops halt, ne? So, ich brauche mal Gesundheit. Rein zwiebeln tun sie trotzdem. Oh, danke. Gesundheit. Äh, Ausgang. Ja, klar. Ladebucht. Nice. Äh, okay. So, ich bin mal. Also, leid ihr wieder? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Dankeschön. Fuck. So, machen wir mal aufhören mit nem Massaker hier. Ich wollte auch nur looten. Oh, ich hab's ja mal den ganzen Looten an. Geil. So. Ja, da hat's noch ein bisschen was. Kann ich eigentlich... Warte, was ist das denn? Ja, ich glaub, das geht. Ich will ja nochmal hier so zum... Oh, krass. Oh, looten. Ja, der frechen Schaden ist geil. Also, New Game Plus wäre ja schon mal interessant mit dem Hammer. Nein! Hau mal rein! Du sollst reinhauen. Oh, der ist noch einer. Wo hast du das jetzt langsam? Elementar voll. Da haben wir die ganzen Hallos hier. Notfall-Equikierungsstation. Ja, wir hätten hier einen kleinen Notfall. Die ganzen Goodies. Ja, komm, ich lasse mal jetzt eine Batterie da. CPU-Drucker zum Verkaufen. Das ist schlau. Da ist eine Hand drin. Okay. Ähm. Ähm. Muss ich nicht hier hin? Oder was ziehe ich jetzt hier was? Danke fürs Verschwenden von der Munizio. Ja, ich geb mir nochmal Hilfe. Ah, diese Hallose. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Nicht mit mir. Alter. Nicht witzig. Okay, da ist. Du kriegst mal einen auf den Deckel für das Rumgespucke hier. Das macht man nicht. Hala. Nervig. Gut. So. Wieder einmal aufmachen. Na, wer ist auch hier gleich? Hallo. Ja, ist ein bisschen suß. Ja, klar. Ich bin hier, Jakob. Sie müssen sich beeilen. Wo ist hier? Ähm. Diese Luke führt zur Ladebucht. Ich warte auf Sie auf dem Schiff. Ähm. Das sieht nach Stress aus. Weißt du was? Ich tue jetzt erstmal diesen CPU-Drucker hier verkaufen. Geil. 1000. So. Was gönne ich mir denn? Handschuh. Ja, wieder auf. 2700. Das ist alles so teuer. Kann mich leisten. Die Schrotflinte nutze ich aber ziemlich oft. Explosivgeschoss-Upgrade. 2700. Hm. Ich glaube, die T-Z-Update interessiert mich da eigentlich auch weniger. Hm. Passend 500. Ja, komm. Wenn wir sie dann mal wieder nutzen. Qualitätsprüfung bestätigt. Sehr gut. Ja, weg mit den Kisten. Ähm. Das war so just in case. Ja, komm her. Ja, okay. Komm her. Na, scheiße. Okay. Nochmal. Das war so noch gleich hier. Okay. Komm her. Komm her. Dankeschön. Sag mal, geht's besser. Sicherung. Ach, deswegen bin ich hier. Ah, ihr werdet doch bestimmt aufwachen, wenn ich jetzt hier Strom losmache, oder? Oder auch nicht. Oh, nice. Oh, nice. Schließen. Ähm. Komm ich denn jetzt hier wieder raus? Und ich doch auch... Ah, ich geh mal auf. Okay. Okay. Ah, ja, komm her. Komm. Lass dich mal verprügeln. Nein, 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 nein. Warum hast du nicht draufgehauen? Ah. Bitte nicht alles von Anfang an wieder. Bitte. Ah. Okay. Ich mach da mal ganz kurz einen Cut. Und wir sehen uns dann oben wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Äh, Roboter sind down. So, wir brauchen noch zwei Sicherungen. So, geht's weiter, so wie es aussieht. Hm, einmal durch. Ah, gibt's hier drinnen wieder so eine Lüfter-Action. Das sieht ganz so noch aus. Okay. Oder doch nicht? Hä. Na, vielleicht hier? Nee. Okay, das ist der Raum vom Anfang. Nur von da... Ja, jetzt warte mal. Oben ist eine Kiste. Was ist da? Okay. Ich will das mal kurz hier heranstellen. Dankeschön. Nicht das, was ich wollte. So, gib. Dankeschön. Ich hatte ja auch zwischenzeitlich mal Health Kids gemacht. Davon habe ich zwei schon wieder verwendet. Okay, Nummer zwei. Guck mal. Du musst dich schleichen. Alles gut. Müllrampe. Oh, da kommt doch bestimmt einer raus, oder? Ja, oder auch nicht. Ähm. Nein, nein, nein. Ah. Scheiße, 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 nein. Nein. Mit der Taktik habe ich es bei denen noch nicht ganz so. Oder soll ich drauf schießen, wie die da ihre Action da machen? Ja, das kenne ich schon. Na ja, toll. Ja. Aber richtig. Oh, scheiße. So Ach du auch noch Scheißvieh Ja gut Fuck Sag mal Nein, bitte nicht Alla Auf dem Minimum Nein, tatsächlich Nicht so wirklich Gut, immerhin Ich glaube jetzt habe ich hier alle Ja, letzte Sicherung Oh Ich glaube ich gehe hier mal Ich sage voraus Sie wird sich jetzt in irgendein Supervieh verwandeln Wegen dem, was sie da so getan hat Sie kann ich mir dann irgendwie Äh, HL500 Okay, irgendwas verdicken Ne, ist alles voller Munition Okay Die Nummer 1 Nummer 2 Ja, Nummer 3 Warum auch Okay Oder sie formalisiert sich nett Ich sehe das nur so Entscheidungen Ihre Entscheidungen haben sie An diesem Ort Zu diesem Punkt Also erhebe dich Total Häftling 532-521 Keiner entkommt seiner Schuld Hier geht's nicht aufs Fliehen, Jacob Ich bin nicht er Don't believe Her lies Ich wollte sie aufhalten Was ist die Tata Freie aus Siegen Stimmt eigentlich Hat sie uns vielleicht die ganze Zeit Irgendwie manipuliert Na, ich würde sie ja zutrauen One last job Give up You will never escape It's your fault So indirekt I think it's pointless Give up, give up, give up Ja, nee Ah, sie juckt Haben wir irgendwelche Goodies Ja Ich war an all dem hier beteiligt Ich kann nicht entkommen Ich gehöre nach Okay Hm, schön, dass du nochmal da bist Äh, schon mal kurz Waffe Ich glaube, es gibt hier wieder Ein netter Buskampf Äh Ich muss mit der mal probieren Die hat halt nur vier Schuss Warte mal Kurz speichern Geäähä Oh. Wieso habe ich recht gehabt? Ach du Scheiße. Achso, ich glaube jetzt mit Gesundheitsanzeige. Oh, was zu? Was ist das? Oh, die schießt mit irgendwas. Fuck! Lauf! Geh weg! Nein! Scheiße. So, komm her. Komm, einmal schnell drüber. Scheiße. Okay. Oh, komm. Schnell, schnell, schnell. Jetzt wird die 4 Schuss. War ein Fehler. Elf. Weg, 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 weg. Nein! Nein! Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Wo? Fuck. Scheiße. Alter. Ich will doch helfen. Scheiße. Ich will doch helfen. Scheiße, 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 scheiße. Yes! Ah, fuck. Fuck. Knappe Geschichte. Ich brauche unbedingt ein bisschen mehr Gesundheit. Dann hätte ich es jetzt vermutlich geschafft, äh, wenn ich jetzt draußen wieder anfange. Naja, natürlich nicht. Scheiße. Okay. Äh, äh, wenn sie den Bodyslam macht, dann ist es ein bisschen besser. Duf. Fuck. Knappe. 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 A Back. Auf geht's. Ach was. Und непон Standolto. Ach Refini. Das istine, Mensch. Das ist schon ver es fürcht, wie geht's mitmachen. Fuck Ey, sie macht das andere wieder Schnell, 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 schnell Missi Fuck Schnell weg Oh, gesundheit Fuck Scheiße Das kann sich jetzt noch ein bisschen ziehen Und vielleicht ein bisschen eine andere Waffe Neh Scheiße Komm Komm Scheiße Weissi Ach, Mann Okay, sie macht wieder Didn't move Come help Ja, geil Komm, 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 komm Scheiße Okay Okay, wenn sie sind charged Dann muss ich hier weg Scheiße Ah 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 Shit Ich meine, der Hammer zirbelt halt schon extrem Aber Das ist halt so ein beschissener Angriff von dir Ja, ich bin jetzt Ja, ich bin jetzt Okay Ich glaube, an der Stelle werde ich mal ganz kurz schneiden Und zwar zu der Passage Wo ich es dann schaffe, als wäre es das allererste Mal Es ist schön Er ist nicht allzu schwer eigentlich, der Gegner Aber Zwirbelt ein bisschen Also Da kommt die Schnittmontage Ja, ich bin jetzt Ja, ich bin jetzt Ja, ich bin jetzt Boah, ich glaube es ja nicht Das hat jetzt ein paar Anläufer gebraucht Puh Wir müssen uns beeilen, Jacob Wir haben noch eine Chance Hä? Also doch ne Hallo Das ist mein Schiff Das ist mein Schiff Das ist mein Schiff Jakob Hören Sie mich? Ich bin jetzt Ja, ich bin jetzt Fast da. Letzter Bericht, Dr. Caitlin Mahler. Ich habe ihn im Turm des Warden gefunden und hergebracht. Seine Verbindung zu Danys Core ist aktiv. Ich habe diese Verbindung benutzt, um die ganzen Details hochzuladen. Ob es ankommt, weiß ich nicht. Aber es war unsere einzige Hoffnung, die Wahrheit zu zeigen. Um seinen Opfer in eine Chance zu verladen. Die Datentransfer beendet. Endlich. Jakob. Geschafft. Und nun. Ihr Kampf ist vorbei. Das war so alles nur Einbildung. Beziehungsweise die Systeme, die mich da irgendwie im Leben erhalten haben. Damit habe ich ehrlicherweise nicht gerechnet. So in der Art. Aber es ergibt auch irgendwo Sinn. Und dann hat er die Explosion und so weiter entsprechend so gut wie nicht überlebt. Und sie wollte halt nochmal über das Letzte das Gute tun und die Daten halt hochladen. Hmm. Aber was halte ich jetzt von diesem DRC? Ehrlich gesagt ein bisschen durchwachsen. Ich meine, er ist relativ kurz. Was waren das jetzt? Drei, vier Stunden. Und dann wirst du überladen mit Gegnern. Der Hammer ist witzig. Aber effektiv wirklich lang nutzen tust du ihn ja nicht. Weil er dann halt schon zu Ende ist. Das, ja, paar neue Gegner mit dabei. Sorry, technisch hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr vorgestellt, dass da noch was kommt. Aber es glaube ich wäre jetzt auch nicht ganz so schlimm gewesen. Hät es den DRC auch nicht gegeben. Das klingt jetzt ein bisschen böse. Und man hätte jetzt irgendwie auch das Spiel so beenden lassen können. Man hätte das Ending vielleicht noch ein bisschen anpassen können. Dass man das da zum Beispiel noch sieht oder so. Und dann ist es fertig. Hm. Ich bin ein bisschen unschlüssig. Ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Ich bin so zwischendrin. Hm. Wie seht ihr das? Hat es euch gefallen? Hat es euch nicht so gefallen? Denkt ihr, hättest du den DRC jetzt wirklich gebraucht? Oder nicht? Oder hättest du einfach das erste innen ein bisschen leicht angepasst? Und dann wäre es gut gewesen. Lasst mich mit wissen in den Kommentaren. Ich sage damit. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.